EAT Okay Brauche definitiv noch Noch mehr Gucker Dann kaufen wir erstmal noch ein paar Fridges So, 5 Stück Noch hier Gucker, Gucker, Gucker Und vielleicht noch ein paar Spülen So, Utilities Ah, da, Narkotik wurde gefunden Elektrisches Gabel Zack Ziehen wir es einmal bis da durch Dann haben wir da Ah, Wasser, 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 Wasser So Jetzt haben wir ein bisschen größere Kitchen Bei der Kantine müssen auch mehr von diesen Serving Table hin, glaube ich Tot Ab in den Krankenwagen Tja Wegen Drogenmissbrauch, oder wat? Äh, ich könnte auch mehr Küchenpersonal gebrauchen, glaube ich Oh Gott Mal sehen Äh, ne Doktor, Doghändler, Gardner, guck Na, da gucke Da guckst du was Oh nein, Steph Psychologist Äh So, Psychologist's Office Immerhin habe ich hier noch ein Office jetzt frei Mal sehen Die sind da am Abspülen Fünf weitere Prisoner kommen 36 von 51 Ich sollte definitiv mal dafür sorgen So, Objekte Table Wenn ich den nämlich hier hinstelle Und die zwei Benches Dann da hin Dann könnte es sein Dass ich, wenn ich das mit den anderen Bänken auch mache Dass ich dann noch eine zusätzliche Bank in den Raum reinkriege Weil ich weiß nicht, ob die Kandidaten über die Bänke rüberhüpfen Oder ob sie da drum rumlaufen müssen Aber ich glaube, sie können da drüber hüpfen Dementsprechend kriege ich dann mehr Tische da rein Also in der Mitte noch einen Tisch Jaja Wow Liste an der Seite Find 10 Illegal Narcotics Einen Illegal Narcotics erst gefunden Ja, Hunde Lock up Was steht denn als nächstes im Programm? Mal sehen Eat Sleep Lock up Free Time Da könnten wir Work hinpacken Statt Lock up Und entsprechend hier auch Work Obwohl Nee, Free Time Und hier Work Weil Work Steht da unten Leute, die nicht arbeiten Die haben dann Freizeit Moment Dann machen wir hier Work Und hier Free Time Lock up Lock up Lock up Lock up Lock up Lock up Sleep Die schlafen also von 11 bis 6 Uhr morgens Okay Normal Security Minimum Security Gut Wow Ja, machen wir das mal mit dem Tisch hier auch Obwohl Eigentlich 97% wurden gefüttert Von daher Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt nötig ist So, naja Ich quetsche hier noch ein paar Tische rein Das passt noch Kein Problem So Mal sehen Free Time Wie lange es noch bis zum Essen? Wollte ich gucken Free Time Eat Ah, okay, gut Dann sollte ich vielleicht noch abwarten Bis das nächste Mal gegessen wurde Assigned to Dog Handlers Assigned to Armed Guards Da brauche ich noch einen Raum Also für die Armed Guards brauche ich noch einen Raum Wo die entsprechend dann Ähm Ja Also für die Dog Handler brauche ich einen Raum Wo die dann ihre Hunde haben Und für die Armed Guards brauche ich auch noch einen Raum Ist das ein Chaos? Mal sehen 4, 8, 16, 32 Insgesamt habe ich 32 Sitzplätze Ja, okay 39 Insassen Passt irgendwie nicht zusammen Aber kann ich ja erst jetzt ändern Weil jetzt ist Lock Up Jetzt kann ich hier erst die Tische verschieben So Object Stable Zack Zack Passt nämlich hier noch einer rein Äh, nein Da 1, 2 1, 2 Und zur Not baue ich einfach in die Mitte eine Tür Dann müssen die halt hier durch eine Tür gehen So Und schon haben wir Platz für 16 weitere Insassen Tada Okay, die Guards gehen also durch die Tische durch Gut Da gehen die halt nur langsamer dann Ist mir jetzt gerade nicht so Ist mir jetzt gerade Latte Zur Not könnte ich ja auch noch den Raum Zur Seite hin etwas erweitern Aber dann haben die Knastinsassen ja keine Fenster mehr Hm Naja Gut 5 Prisoner kommen in 4 Stunden 5 Prisoners ab vor Parole 9 half serious complaints 7 well traded Oh Ja What Guards 10 total 1 Resting 5 Station 3 Patrolling 1 Available Mal sehen Number of Prisoners Number of Prisoners 39 Hm Tja Danger Level ist Low Danger Level ist Medium Okay Ich brauche mehr Duschen Definitiv zu wenig Duschen Wie man sieht Die kloppen sich schon um die Dusche Das heißt Erweitern wir die Dusche mal Ja bis hier Obwohl Könnte man auch bis hier erweitern So gut Material Paving Stone Was war das jetzt gerade? Achso das war ein Baum Dachte schon was war das denn komisches Geräusch Aber das war ein Baum So gut Rooms Schau Boah Wow was hat denn der da? Zack Viel mehr Dusche Dementsprechend Dies Mäntel Dies Mäntel Dies Mäntel Dies Mäntel Auch das Dies Mäntel Und auch das Na So Objects Showerhead Rotate 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 Eins Zwei Drei Vier Vünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Rotate Rotate So Utilities Ja The pipes are calling Te rute Te tue Te Und auch Material Einmal Keramik Floor Ach ja. Und den Showerhead dismanteln. Und den Showerhead auch dismanteln. Dann entsprechend. Wapp. Blockt. Blockt. Wie blockt. Wat? Von was ist das denn geblockt? Hä? Ah nein. Ich bin ja auch doof. Materials. Ähm. So. Oh. Seh ich gerade. Ja. Rohre überall. Gut. Okay. Die Rohre da können weg. Jetzt haben wir definitiv mehr duschen als vorher. Das sollte hoffentlich reichen. So. Stromlevel ist schon wieder minim... Ist schon wieder in der Mitte. Aber geht. Geht. Läuft. So. Ja. Gut. Ich weiß ja nicht, was sie sonst noch machen sollen. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir als Ziel hier gesetzt habe. Ich habe mir irgendwie kein Ziel gesetzt. Ich könnte ja als Ziel setzen, hier sämtliche Grants zu erfüllen, aber... 100 Insassen. Hallo? Ich wollte hier jetzt nicht. Total Cleanup. Remove the supply of stolen tools. Remove the supply of stolen weapons. Okay. Inmate Nutrition Research. Gut. Erstmal hier. Medical Ward und zwei Doktoren. Psychologist. Haben wir. Also, Medical Ward brauchen wir. So. Hier ist noch Platz für eine weitere Zelle. Mal sehen. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Platz. Hier machen wir Medical. Das heißt Foundation. Das hier. Äh. Gucken wir erstmal bei Room. Medical. Medical. Laundry. Cleaning. Capot. Mork. Candle. Armory. Ich sollte auch ins Mikrofon sprechen, sonst hört man mich nicht. Äh. 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 Bin ich denn blind? Hä? Infirmary? Medical Staff. Okay. Indoors. Medical Bed. Gut. Hat keine Größe vorgeschrieben. Das heißt. Mal sehen. Parole ist 1, 2, 3, 4, 5. Äh. Ja. Obwohl. Das ist schon wieder einer zu viel. Aber egal. Objects. Jail door. Damit er die Wand hier nicht kaputt geht, wenn ich das da hinbaue. Ohne Tür reißt er immer die Wand zum Nebenraum ein. Keine Ahnung, wieso er das tut. Zack. Mit Tür lässt er die Wand da. Gut. Rooms. Infirmary. Zack. Immer offen. Ich mach da extra Knasttüren hin, weil ich entsprechend später, wenn hier zum Beispiel irgendwas passiert, dann kann ich Total Lockdown anklicken und dann quasi zack, alles zu. So, Objekte. Medical Bed. So, ein Medical Bed. Und was brauchen wir noch? Äh. Indoors. Oh gut. Das war's ja im Endeffekt schon. Jetzt brauchen wir noch zwei Doktoren. Eins. Zwei. Stopp. Und damit hätten wir Medical Ward auch erledigt. Wobei, mh. Eigentlich bräuchten wir nur einen Doktor, aber. Ja. Gut. Egal. Paving Stone. Zack. So. Langsam fängt das Spiel an, so ein bisschen zu ruckeln. Da unten hat schon wieder einer Drogen. Ich würde sagen, das klappt doch. 48 von 51. Ähm. 16? 32? Ja. 48. Klappt doch. Apropos klappt doch. Nun. Müssen wir mal das, äh, das neu zulassen von Knastinsassen mal kurz deaktivieren. Äh. So, Prisoners. Oh, wir haben alle Prisoners gefüttert. Das ist doch mal gut. Aber es steht schon fast da. Das ist ein bisschen. Und die in der Tat. Oh, wir können noch mal 더 control. Also, wir können noch ein bisschen mehr. Und das ist ein bisschen mehr. Nichts hast da. Ich glaube, das ist keine von ... Nein, das ist jetzt. Aber nicht da ist ja, da ist das antत. Aber am Mann. Und das ist ja auch gekommen Markus. Untertitelung des ZDF, 2020